hallo und herzlich willkommen zu minecraft dream team zu irgendeiner folge weil ich schon wieder vergessen habe wie welche folge wir haben in der heutigen folge haben wir etwas vor meine darum lange nicht dabei mr matt man gelunzt um zu gucken ob er vielleicht eine neue quest bei mir hatte er bei mir auch nie was geschrieben oder so das wäre mal sweet von ihm wenn er mal wieder vorbeischmöckern würde zuerst wollen wir diesen schönen prank machen so dass dabei einen kleinen trink habe ich ja schon während dessen währenddessen die baumhaus etwas weiter brauchen wollte habe ich auch schon mal ein bisschen einen kleinen attentat hier mit bäumen verübt die bäume waren meine idee genauso wieder da hinten ein bisschen schnee drauf hat und ich liebe die kirschblüten bäume also es einfach hier so ist einfach sehr die finde ich sehr sehr hübsch jedenfalls was haben wir denn hier na gut ich will nicht noch sich wie ein bisschen schön und zwar wie wäre es besser mit als mit ob sie jahren das habe ich ein bisschen gefahren ich will es wollte gar nicht wissen wie viel wie lange ich dafür gefahren ein paar muster sicher ist sicher die spitzsacke und ein bisschen das und ja los geht's wollen wir mal etwas noch da damit wir auch einen platz haben ich hasse diese scheiß blumen alte sind so ekelhaft den scheiße aus sind auch scheiße alle scheiße würde ich nicht auffallen ich weiß es naja bauen wir das ob sie die anruf so und zwar machen wir jetzt noch ein bisschen weiter hoch die wird mich danach so hassen aber das stört mich nicht im geringsten in welchen denn ein bestimmten move auspacken aller denn anrufbeantworter move schön zu betont die tun deponiert alle liebe liebe größe zelmanus xd so und damit hätten wir den zweiten prank hinter uns okay dann hätte ich mich gar nicht so flickhauses machen brauchen na gut dann wollen wir jetzt zu mr martin gehen und uns vielleicht eine quest abholen falls einer auflage hat so mr martin dann sind wir hier mal hm du hast eine quest alles wird mal schauen welche denn ja jetzt der mann ist ja und moin zelmanus geh mal wieder zum mora morador und höre was er sagt er hat bestimmt etwas für dich na toll jetzt habe ich auch noch lange latschen oder was morador ah semmann und da bist du ja wieder ich hatte da eine kleine aufgabe für dich für mich also ich brauche eine selten ein seltenes erz es ist ein roter der rohe wille von zombies und so ok richtig bringe mir davon drei dann sind wir fertig danach bekommst du eine belohnung ach so benutze die klinge mit im sockel dafür gehe dreimal in die mine meine hause habe stellen weg dahin sollte untoten sein alles klar habe ich jetzt die aufgabe gekriegt ich habe keine aufgabe sicher ah ok das hat nur gerade ein bisschen rumgepackt ok lo kann ich auch mal runter kommen wir nehmen wir nehmen die schnellen zog die klinge kriege ganz zum glück keinen fall schade so er meinte er hat einen weg ihr gut ist sie den weg super so ah da mine quest eingang sera sera und selmanus wo muss ich hin okay ich war schon richtig lol wollte eigentlich nur ein bisschen rum na gut ist ja auch egal haben wir den großen hauer ist überhaupt was ich will mich gerade so ah verdammt du kleiner du kleiner ich bin fast tot oh mein gott alter ganz schnell was fressen ganz 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 schnell was zu essen jungen was ist denn was ist denn heute los alde na gut geben wir denen einfach jetzt seine scheiße viecher zurück also oh man ich kann mich hoch schießen ich hab bock mich hoch zu schießen irgendwie angst ich hab daneben geschossen oder ich hab so krass daneben geschossen hab einmal auf den torm rü- also über den torm so ne und ich alter ich bitte jawoll genau hier wohl ich schön mal vergessen ich hab ja die ich hab ja die cloud gut tja nice ah dankeschön junge bursche also dann hier ist deinem mit vergnügen das ist ja mir geht oh was ist das denn können wir das aufsetzen ne können wir nicht was ist das hä hä was bringt das klar also ganz im ernst also das hat mich mehr also ich freue mich natürlich in obsidian sky und den zweiten weitere das ist ein bisschen dürftig bin ich ehrlich da gab es die da gab es eine aufgabe bei dingstens bei mr madman was viel geileres also eigentlich viel mehr der hatte der war ja ein bisschen geizig ist gerade okay die adgerianer plan schon wir wollen ihre die wollen claudia retten rächen so was gibt es denn hier noch so na gut dann wollen wir jetzt einfach mal losgehen ja leute das war es mal wieder kommt ganz komplett aber ich hoffe euch hat dieses video gefallen wenn ja lasst meinen fetten daumen hoch da seid abonniert meines kanals schaut bei senni sophia oder wie auch immer vorbei und ja schaut auf meinen kanal vorbei guckt auf mein discord weil ja der ist ein bisschen einsam ihr könnt euch auch gerne bewerben weil das habe ich ja komplett vergessen total vergessen zu erzählen mein klan ist jetzt endlich nicht mein youtuber klant wofür ihr euch als youtuber bewerben können wo ihr dann lustige clips von euch den einsenden könnt um auf einen bestimmten kanal darauf klatscht zu werden wahrscheinlich kommt dann separat noch mal ein extra video dazu hoffentlich ja ihr könntet euch bei die auf diesen discord auf meinen discord bewerben und wenn ihr wenn ich euch ja also also es hängt ja nicht nur von mir ab sondern ich habe ja noch andere die damit entscheiden haben mit zu entscheiden haben aber na gut ich freue mich dass ihr auf meinen discord und join würdet und vielleicht euch sogar noch bewerben würdet deswegen sage ich haut da rein und ciao leute